Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3 mit dem DLC. Wir müssen hier zur Roten Weide, beziehungsweise... Ach, guck mal, da ist er. Da sitzt er schon. Ganz ehrlich, wie bist du hier hochgekommen? Fahrstuhl und so, wa? Arschkeks. Naja, fangen wir mal die Mission an. Und schauen wir mal, was er uns zu erzählen hat. Mr. Nutella-Esser. Nun bist du allein. Ne, du bist da auch noch nicht. Wie gefährlich ist das? Jede Reise in die Geisterwelt ist einzigartig. Für einige ist das sehr gefährlich. Du wirst deine Antworten ganz oben in der Weide finden. Also, machen wir mal ein bisschen Kletter-Kletter. Oh, hier kommt mal ein bisschen anders drauf. Nicht wie auf den üblichen großen Bäumchen aus dem normalen Hautspiel. Interessant. Alter, die ist aber auch hoch, ey. Meine Fresse. Komm ich noch hoch? So, anscheinend. Nein. Oh, ich habe aber mal Schwein gehabt hier. So, wie muss ich das jetzt machen? Was willst du denn von mir? Muss ich jetzt hier rüberspringen? Anscheinend. Und jetzt? Ach, hier. Guck mal. Nein. Was? Hä? Okay. Ich wollte doch gar nicht hier hoch. Oh, ich sehe mich schon runterfallen. Aber richtig hart. Oh, toll. Jetzt komme ich hier immer hin und her. Ich will aber nicht hin und her. Ich will da oben rauf. So. Und. So. Nein, so nicht. Ach, hier interagieren. Das kann ich nicht mehr machen. Aha. Geil. Achso, das war es schon. Ach, Mensch, guck mal. Wir sind schon ganz oben. Wir haben schon. Und was, was wir brauchen? Alles klar. Na dann. Na nun. Hättest du auf einmal weg. Finde ich ja immer super, wie das in Spielen funktioniert. Das müsste es auch in Wirklichkeit sein. So. Einfach teleportieren. Verzeih mir, Mutter. Ich muss mit Washington reden. Um das alles zu verstehen. Das ist der einzige Weg. Okay, jetzt kommen wir hier in die Geisterwelt oder hat er dann direkt auch seine Kräfte? Ich bin mal gespannt. Das war nicht die Geisterwelt. Das ist der Animus. Ein Wolf. Zwei Wölfe. Drei Wölfe. Okay, und nun? Folgen wir ihm mal. Wartet auf mich, Wölfe. Geil, was ist das denn hier? Geiler Scheiß. Zeigen die mir jetzt irgendeine geile Fähigkeit oder so? Ich habe keine Ahnung. I don't know. Fängt das nochmal wieder von vorne an? Ne. Los. Weiter geht's. Bam. Oh, wo muss ich rauf? Ach, ist egal. Komm, wir laufen einfach so mit den Wölfen hier. Wir sind genauso schnell wie er. Wir sind voll krass. Was müssen wir denn hier machen? Ich verstehe das nicht. Wui. Ich glaube, das war... Aber wobei. Es geht hier einfach immer weiter. Eigentlich hätte er sich mal da drunter durchrutschen müssen, aber naja. Okay, beim Rutschen keine Felsen berühren. Alles klar. Ich rutsche aber gar nicht. Wir laufen einfach weiter. Oh. Wui. Okay, müssen wir jetzt echt einfach nur laufen? Ein bisschen lame, wa? Oh, was hier? Achso, wir müssen jetzt hier hochklettern. Alles klar, machen wir. Los. Nein. Verdammt. Ich komme aber nicht weiter hoch. Alter. Jetzt. Ja, macht nichts. Alter, willst du mich denn verarschen? Ich komme dann... Ja, jetzt. Weißt du, jetzt klettert er. Wie sind denn bitte die Wölfe da hochgekommen? Willst du mich verarschen? Jetzt muss ich bestimmt die ganze Kacke noch von vorne machen. Das ist doch scheiß. Mann. Alter. Da muss ich jetzt echt alles von vorne machen. Das wäre so behindert. Ohne scheiß. Total dumm. Ach Mann. Jetzt ist hier eine Wand, ey. Ah, nee. Doch nicht. Trotzdem dumm. Wie kommt denn der Kackwolf da oben rauf? Als ob der klettern könnte. Jetzt mal echt. Hallo, ey. Ich kletter doch gerade hier hoch, ey. Wie schnell soll ich denn klettern, Junge? Ich glaube, ich muss da gar nicht hoch. Kann das sein? Oh, jetzt bin ich tot. Das ist doch schon wieder so eine Scheiße hier. Verstehe ich nicht. Was wollt ihr denn von mir? Wo soll ich denn hier hin? Hä? Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich ein Stückchen weiter vorne. Da ist ein Wölflein. Die sind ja auch auf einmal immer weg. Ich weiß... Oh. Toll. Wie desynchronisiert. Hä? Was ist das denn für eine Scheiße? Das ist total dumm. Was soll das? Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Ich muss einfach nur dumm wie so ein Spacken laufen. Hinter irgendwelchen Wölfen. Verstehe ich nicht. Und dann ist auf einmal der Boden weg. Hä? Was soll das? Das ist mal ohne Spaß. Was soll das? Er ist schon wieder weg. Was soll das denn? Und jetzt kann man wenigstens hier normal weiterlaufen. So. Ohne Scheiße. Ich verstehe den Sinn dahinter jetzt nicht. Total behindert. Wo soll ich denn jetzt hin hier? Da ist ein Wolf. Ich bin da, Wolf. Ich folge dir. Was ist los? Lauf weiter. Oder soll ich hier hoch? Na komm, dann laufe ich hier hoch. Auch kein Problem. Wenn ihr nicht mit mir kommunizieren wollt, dann... Wer ist denn der Vapiti? Okay. Da. Da ist der Vapiti. Was hat der jetzt damit zu tun? Aha. Hier geht es wieder runter. Alles klar. Oh mein Gott. La 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 la. Schöne Rutschpartie auf jeden Fall. Das ist super. Wollte ich schon immer mal machen. So, das habe ich schon mal geschafft. Hier habe ich aber keinen Herzschlag. Also, Alter. Also in die Richtung. Nee, auch nicht. Was ist der denn? Hier oben drauf? Nee, hier habe ich aber auch keinen Herzschlag. Ja, mach dich doch. Hier ist nirgendwo Herzschlag. Hier. Nee, ich höre keinen Herzschlag. Da. Kann ja nur hier irgendwo sein. Ich darf hier nirgendwo hin, ey. Alter, ist die Musik laut, Mann. Was soll das denn? Alter, willst du mich gerade verarschen? Ja, hier ist doch Herzschlag. Nö. Nö. Da. Ah. Super. Ich darf da aber nicht weiter. Was soll ich denn jetzt machen? Hier ist der aber nicht. Hä? Hä? Hast du mich verarschen? Wo ist denn dieser Vapiti? Spast. Wo ist denn der jetzt herkommen? Irgendwo hier müsste der sein. Da ist er. Jetzt ist er wieder weg. Aha. Okay. Wir haben leuchtende Augen. Wir sind jetzt Wolfman. Den Vapiti töten, ohne ihn aufzuschrecken. Okay. Okay. Ich werde es versuchen. Ah, cool. Ah. Ah, cool. Wolfsmantel hier. Wir haben sogar alles geschafft. Und wir haben jetzt die Fähigkeit Wolfsmantel erlernt. Mit der wir uns... Müssen wir da irgendwie... Haben wir da Mana oder... Irgendeine Ressource, die da drauf geht, für... Mal schauen. Oh, wir haben den auch noch wirklich getötet. War das nur ein Traum? Könnte ich... Könnte ich wirklich... Keine falsche Bewegung. Ich denke, wir werden es jetzt gleich herausfinden. Okay. Jawohl. So, zack. Weg mit dir, Buxche. Niemand klaut einfach das Traumhawk eines Indianers. So, Frage ist, wo sind die denn alle hin? Die sind alle da so. Und da so ist ein bisschen blöd so, weil da bin ich nicht. So. Zack. Machen wir uns mal eben unsichtbar. Scheiße. Ah, geh nochmal weg. Alter, die Steuerung ist ja voll empfindlich, wenn du so in diesem Modus bist. So. Obwohl ich jetzt nicht weiß, hält das jetzt ewig oder nicht? Oh, scheiße. Die Gesundheit sinkt. Das ist natürlich super. Dann machen wir das mal wieder aus. Das wusste ich nicht. Okay. Wo ist der Spasti? Ich denke mal, rennen dürfen wir auch nicht, sonst werden wir auch entdeckt. So, aber das kann man jetzt auch ausmachen. Während ich ihn töte, ist das ja egal. Kommen die auch wieder zu sich? Natürlich scheiße. Treten wir mal entgegen hier. Weißt du? Bam. Ich weiß ja nicht, wie lange die liegen bleiben. So, wo ist denn der? Ich stehe eigentlich genau vor ihm. Keine Ahnung. Ja, 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 ist gut. Muss ich jetzt auch herausfinden, wer meine Sachen hat, oder? So. Schade. Ich weiß auch gar nicht, wo der Typ ist. Ah, okay, das habe ich mir doch gedacht. Dabei funktioniert, beim Rennen funktioniert es halt nicht. Ist ja auch blöd, wenn man schleichen soll zu rennen, ist es ein bisschen suboptimal. Nur kurz hier auf. Sind hier schon meine Sachen drin? Soll ich hier hin? Nein. Aha. Halten zum Öffnen, alles klar. Dann holen wir mal unsere Sächelchen zurück. Weil im Grunde war es ja nur das Tomahawk, wa? Verdammt. Sie ist nicht hier. Vielleicht in der nächsten Hütte. Mal schauen. So, obwohl wir sowieso schon relativ schnell sind, habe ich das Gefühl. Ja, komm, den töten wir jetzt. Schnell, 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 schnell. Ja, komm. Hui. So, vor allem, das sieht auch keiner, wa? Dass die umfallen und so. So, dann nehmen wir mal auch schnell K.O. Mal aus wieder. Aus, habe ich gesagt. So. Scheiße. Jetzt höll doch mal auf, alle herzukommen. Was zur Hölle hat der? Kinder. Das ist doch voll doof von euch. So, schauen wir mal, ob das hier drin ist, unser Zeugs. Sonst weiß ich auch nicht. Dann ist es halt verschwunden. Ah, die Ausrüstung ist nicht in der Kiste. Hat vielleicht einer von denen hier die Ausrüstung dabei? Jetzt werde ich da mal gucken. Wer weiß. Wo ist der denn? Da ist überhaupt keiner, ey. Hm, verstehe ich nicht. Wo ist der denn überhaupt? Ach, guck mal, da unten. Ach, da hast du auch noch eine Kiste, ne? Das sieht man. Scheiße. Scheint ein Schlawiner zu sein. Ja, ein Schlawinerchen ist das. So, zack. Ach, guck mal, da hinten ist auch noch einer. So, mal eben ausmachen. Niemand. Niemand konnte es sehen. Ja, du bist auch tot. Na ja, tot nicht. Ich erwürg dir ja nur irgendwie. Aber hier ist noch irgendwo einer. Keine Ahnung, hier wird mir auch einer angezeigt, der überhaupt gar nicht existent ist. Naja, wir gucken nochmal hier kurz rein. Wahrscheinlich ist es in dieser Mine drin oder was auch immer das da darstellen soll. Mal gucken. Jawohl, ich habe die Ausrüstung gefunden, alles klar. Dem hungernden Zivilisten helfen. Nö. Oder soll ich? Naja, ich werde das mal entscheiden in der nächsten Folge. Wie wir hier weiter vorgehen. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin. Haut rein, Leute. Keiner kann mich sehen.